auch da na komm nimm 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 oder warte wir warten jetzt noch bis die fackel ausgeht weiter 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 warte mal gehen wir jetzt richtige richtung ich bin total verwirrt ehrlich ich glaube wir müssen da lang ich habe das übersehen was habe ich schon übersehen ich habe keine ahnung wo ist sie da ist ein punkt da muss ich hin ok relikt 3 wo ist hier noch ein punkt da ist ein punkt da wo ist die da war die warte ich muss genau dahin da ist er so das war der vierte ich hab doch die fackel wieso macht da nix ach du warte mal ich gehe noch mal zum punkt da hinten hin ok irgendwie sehe ich kein punkt mehr doch da was soll ich denn mit dem baum hier machen komm rennen wir mal dahin oh mann oh mann oh gott ok pass auf komm renn bei mir da 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 lag definitiv was so verbrenne hier liegt auch noch was aber was gehen die ab ach wie ich hab ich hab ich 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 brauche den schlüssel klasse neo-nazi neo-nazi willkommen auf meinem kanal viel spaß so was sagt man das ganze rechter waren sofort zwei die machen mich fertig komm 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 wo ist das eine häuschen hier aber die kommen schon wieder erwischt sind wir wieder total irgendwo am arsch der welt so pass auf ich renne mal weiter nach oben mein gott die geben auch niemals auf so du und du da ich glaube da ist es da warte so talang die oh ja jetzt jetzt sind wir am arsch jetzt können wir keine fackeln mehr benutzen gott die sind mir sowas von am arsch aber ich weiß auch nicht wirklich genau wohin da tata ich glaube da war es war gott wie lange soll das noch so weitergehen gut leute ich sag mal wieder eine kleine raucherpause bis gleich bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020